Hallo zusammen, es ist Mittwochabend und das ist wie immer DAX-Teil. Wir haben 17.34 Uhr, DAX macht noch seinen Schlusskurs und er geht ein bisschen tiefer. Eben waren wir noch bei 14.040, jetzt sind wir bei 14.010. Mal gucken, wo er gleich landet. 17.34 Uhr, wie gesagt, und das ist der Mittwoch-DAX, der ein bisschen aggressivere. Also, wir haben es nicht geschafft, diesen Trendkanal zu verlassen. Ja, er war hier drüber. Aber, das hatte ich auch in dem, wusste man, Fadenkreuz, in dem Wochenendfilm gesagt, der muss auch über diese beiden Kerzen hier, der muss da drüber gehen. Und da hat er ziemlich kläglich versagt, hier war das hoch bei 2.26 und hier war es bei 2.17. Das hat er richtig nicht, das war wichtig. Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder versucht, sagen wir mal eher am Anfang, also vor 35 Jahren, immer mal wieder versucht, hier anzunehmen, dass wir drüber gehen. Ich sage mal, das war eine 50-50 Chance. Ich hätte auch den hier nicht gekauft. Der muss hier drüber schließen. Ich mache das mal ein bisschen größer. Der muss also hier über den Hochkurs bei 14.226 etc. muss er drüber gehen und schließen. Dann haben wir nämlich gleich das nächste Ding hier. Das hier hat wirklich nicht gereicht, auch wenn das, ich glaube, es waren 80 Punkte. Dieser Trendkanal, da sind wir jetzt wieder drin, obwohl das heute eine sehr schöne Kerze war, runter auf die 20-Tage-Linie, Eingangskurs, gleich Ausgangskurs, ein Doji. Aber ein Doji mitten im Geschehen, mittendrinne, hat keine Aussage. Das muss schon ein Doji sein, der entweder hier drüber ist oder hier drunter ist, der wie so eine Art Solitär da steht. Dann hat er mehr Aussage. Hier mittendrin sagt er nicht viel, obwohl es eine schöne Kerze ist, muss er wirklich sagen. Gefällt mir gut. DAX schließt, wenn ich das richtig sehe, mit 0,59% im Plus. Das ist in Ordnung. Das ist fein. Das reicht aber noch nicht. Dennoch, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, gestern siebenmal, der probiert es immer weiter. Das kann man jetzt so interpretieren, dass man sagt, der klebt am oberen Trendkanal und will da unbedingt drüber. Man kann es aber tatsächlich auch so sagen, der klebt am oberen Trendkanal und schafft das nicht. Ganz, ganz blöde Situation. Deswegen, ich mache mir das möglichst einfach. Ich werde jetzt hier gar nichts handeln. Ich werde warten, wenn wir die 14.228 rausnehmen. Und das ist noch ein bisschen, das sind noch 200 Punkte hin. Natürlich spiele ich zwischendurch. Aber für die nächsten, sagen wir mal, 500 Punkte ist das wichtig. Und ansonsten halte ich mich im DAX raus. Ich bin, das ist mal, um es gleich zu sagen, ich hole mir meinen Taschenrechner. Ich hatte das neulich erwähnt, diese Position im DAX, der jetzt bei 14.000 steht, möchte ich eigentlich tendenziell short gehen gegen den Nasdaq. Und der ist jetzt bei 11.826. Ich will den Spread handeln. Ich bin der Meinung, dass der Abstand vom Nasdaq ist zu groß zum DAX. Und nochmal, diese Position oder diese Indizes haben nichts miteinander zu tun. Der war bei 2.250, der war sogar ganz kurz bei 2.300. Ich habe jetzt das erste Viertel gemacht, im Sinne von Calls gekauft auf den Nasdaq, 10.000er Basis. Und dann waren es die Puts auf den Index aus dem DAX mit 15.800. Bei 2.250 war das. Ziemlich genau 2.250. Jetzt, wie gesagt, liegt er bei 2.174, 80 Punkte vorne. Hurra, Champagner! Aber ich bin der Meinung, das Ding geht deutlich weiter zusammen. Das nochmal ganz kurz nebenher. Zurück zum Index, also zum DAX selbst hier. Vom MACD auf Tagesbasis sehe ich nichts. Das ist, ja, lang, kurz, ein bisschen kürzer, finde ich, aber jetzt noch nicht schlimm. Wir haben, jetzt muss ich das ein bisschen hochdröseln, eine völlig intakten Stochastik-Aoszinator. Da ist kein Signal. Die Bänder laufen parallel in einer normalen Range. Ist nicht zu sagen. Für mich sind wirklich die Punkte der Entscheidung die Mob-Marken, Make-or-Break-Marken. Eben hier diese 14.228, da bitte mal drüber. Tja, und hier unten erst weiter, sind wir erst hier unter der 13.380. Das ist gewissermaßen eine Patz-Situation. Was mir auffällt, in vielen Chats oder von anderen Analysten, Kollegen, lese ich immer nur, der Markt ist wie zu hoch und er muss weiter runter. Also ganz ehrlich, ich finde, der Markt handelt besser, als er gesprochen wird. Ich tue mich schwer, hier mit Schwarz zu gehen, muss ich wirklich sagen. Deswegen halte ich mich im Index raus. Es gibt viele schöne Aktien. Diese Woche war es Deutsche Bank, es war auch Commerzbank, auch eine Bayer ist wieder gestiegen. Ich schaue so ein bisschen auf Adidas. Aber gut, ich will ja jetzt hier nicht über Aktien reden. Gehen wir mal, wie üblich, im Mittwochstags auf die 4-Stunden-Ebene. Das Erste, was mir auffällt, ich suche ja da Punkte, die ich im Tagesschart nicht finde. Der erste Punkt ist dieser hier. 13.850. Das ist hier so eine Art Doppelboden. Der ist wichtig nach unten. Da sollten wir hier runtergehen. Unter die 13.850 muss ich davon ausgehen, dass wir auch die 13.674, das 50er Retracement, was wir neulich gesehen haben, von der langen Bewegung, dass wir das nochmal sehen. Ansonsten gilt hier oben also auch der Punkt, der war jetzt heute bei 14.093, gilt auch der weiterhin als Widerstand, ganz klar. Von der Technik auf 4-Stunden-Sicht sind wir völlig neutral über den Trendfolger und ganz, ganz leicht positiv über die Sochastik. Aber das ist nichts, worauf ich mich verlassen würde. Auch hier, tendenziell eher neutral. Ist sogar auf dem 20er gleitenden Durchschnitt ziemlich genau drauf. Ist nicht deutlich genug. Gehen wir nochmal runter auf die Stunde. Und das war wirklich eine schöne Bewegung. Hier haben wir diese 13.800, die Runde leicht 50. Und da sind wir heute, das war der 25. genau, da sind wir so um 13 Uhr, haben wir die Reise gemacht, hoch bis über die 14.000. Ja, das sind auch 200 Punkte. Also für Daytrader ist das eine schöne Welt hier. Auf Basis von 10 Minuten Entscheidung oder Viertelstunde oder sogar Stunde ist das echt okay. Über den Tag hinaus ist es momentan schwierig und für mich nicht, im Moment nicht wirklich einschätzbar. Dafür habe ich aber diese Punkte hier oben. Also den merkt euch bitte, 14.228 ist wichtig. Und die 13.850 ist wichtig. So, wo sind denn meine Scheine? Ich habe diese Scheine heute genommen. Der Call hat einen größeren Hebel. Ich habe also die leichte Grundeinschätzung, dass wir schon noch das irgendwann jetzt hier dann noch nochmal rausnehmen. Das sind 13.557er. Da sind wir hier unten drunter. Da sind wir da. Sind wir also noch unter dem letzten größeren Zwischentief. Das war das bei dem 50er Retracement. Und 13.557er, das ist ein Hebel von 27. Das ist keine Sandkastenoption. Die hat schon ein bisschen Drehzahl. Das ist die HG34 Dora Qualle. Was haben wir denn für Q? HG34 DQ. Den Put. Da muss ich das jetzt hier mal ein bisschen auftröseln hier. Da habe ich einen 14.704er gewählt. Da gehe ich am besten mal auf den Tag nochmal zurück. Da kann man besser sehen, warum ich den genommen habe. Entschuldigung, wo ist der Schein? Hier ist er. 14.704. Da liegen wir hier oben. Hinter oder in der Nähe von diesem letzten Prägnantenhoch. 14.704. Und das ist die Kennnummer HG227Q. Der hat jetzt im Moment nur einen Hebel von 20. Das ist aber auch keine kleine Option. Da kann man viel Spaß mit haben. Den würde ich dann nehmen, wenn wir unter der 13.850 sind. Gut. Ja, also Geduld ist gefragt. Geduld ist gefragt. Und auch nicht, wenn der hier mal so drüber schnüppelt, ist das noch keine Bestätigung. Man kann das probieren, muss aber sofort den Stopp setzen, wenn wir wieder reinfallen in diesen Trendkanal. Morgen ist Feiertag, aber nicht an der Börse. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns am Freitag. Bye, bye.